Hallo und willkommen zurück zu MyTime at Sandrock. Ist ne Weile her, dass ich aufgenommen hab. Wir haben keine Folgen mehr, also wenn ich heute nichts aufnehme, dann kommt lieber morgen nix. Wäre schade, da Sandrock 1 der 2 Hauptprojekte ist aktuell. Und ich hab auch natürlich Lust aufzunehmen. Das kommt natürlich obendrein. Wenn ich generell keine Lust hab, dann nehm ich auch nicht auf. Das heißt, dann fällt mal was aus. Ich hoffe mal, es gibt keine Pleiten, Pech und Pannen wie in den letzten Aufnahmesessions, die ich teilweise wiederholen musste, weil irgendwie wollte das Setup nicht so, wie ich wollte. Fehlte mal Ingame-Sound bei einem letzten Test und so. Ich mein, das sind 20 Minuten, da lässt sich das nochmal neu machen, aber eben, bevor ich die Aufnahme starten wollte, alles getestet und so. Und dann sehe ich, wie plötzlich der Pegel fürs Mikrofon auf 0% steht. Ich denke mir, warum? Eben war doch noch alles gut. Hm, Technik. Segen und Fluch zugleich. Und wir haben hier noch einen Skill-Punkt, den wir vergeben können. Wo war eigentlich? Ich mein, cool, aber warum? Hab ich denn was vergessen? Maximale Rucksackgröße ist vielleicht nicht verkehrt. Was wollte ich denn? Oder hab ich was Altes geladen? Wartet mal, lass mal in die Aufgaben gucken. Blumen-Tor, Kosmos. Hatten wir das nicht schon? Ne, das war was anderes, ne? Sandpalusa. Sand drin, Scheiben, Honig. Oh genau, wir sollten noch eine Zeitkapsel bauen. Wir hatten eine. Hunde. Hunde. Ui, ui, ui. So, mal her. Anfragen. Oh Gott. Vergessen wir mal, wie viel Stress dieses Spiel ist, ne? Sandkuder. Also so, so, na, Stress im ironischen Sinne. Äh, Austausch, aber, da, 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 wahrscheinlich keinen Fisch. Fischartkönig. Hochwertige Sachen. Hochwertige Instellentage. So, was müssen wir brauchen? Viehzucht haben wir aktuell nicht. Jünger. Maximale verfügbare Stockwerke im Haus. Hm. Wir haben nur ein Haus aktuell, also. Ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, wie ich das ausbauen sollte, wollte. Schwierig. Ich habe gesagt, Größe ist mit noch das Sinnvollste, wenn ihr mich fragt. Hochwertige Gegenstände nehmen, oder? Ich denke mal, das ist für Quests manchmal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal nach der Zeitkapsel, ob wir die bauen können. Ja, äh, nein. Metallscharnier. Ja, cool. Ähm, Schalttafel. Ja, auch cool. Wie viel Zeit habe ich dafür, bevor sie pisst ist? Unendlich. Das ist sehr gut. Okay. Äh, das auch. Das auch. Morgen um 12. Ist morgen jetzt schon heute? Wann habe ich die Aufnahme beendet? Warte mal. Blue Moon. Ja, dann lasst uns mal zum Saloon gehen. Das ist, ähm, Frost haben wir kein... Warte mal, wir haben den Pferd, ne? Ich bin sowas von raus bei Sandrock, ne? Ich habe sehr viel Elex 2 aufgenommen. Wir haben jetzt Anfang März, Elex 2 ist bis Ende April vorgeplant. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich hätte auch nichts dagegen, noch weiter aufzunehmen. Ich habe jetzt ein bisschen frei. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das sogar. Ähm, da. Boden hat noch irgendwas. Boah, das ist, ähm... Brauchst du wieder Fische, oder was? Aha. Ja, er braucht wieder Fische. Yep. Ich muss aber dreimal angeln gehen hier. Ich werde bekloppt. Äh. Es gab, glaube ich, eine Nachricht für die Geschichte von wegen mit Katori. Diese Mission hat mir, glaube ich, kurz vorher eine Info gegeben. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir angeln gehen können. Oder irgendwie passende Fische rausziehen. Hier habe ich die Angelgeschichte dabei. Wahrscheinlich nicht. Äh... Ich habe große Sandkarten. Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nach der Aufnahme nochmal irgendwie... Sachen gemacht habe. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Es ist so lange her. Ob ich jetzt noch irgendwie Off-Camera-Work gemacht habe. Ärzte einsammeln oder so. Aber keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Gesalzener Fisch. Äh... Die große Sandfalle, die hätte ich gerne dabei. Angelzeug. Gut. Die Köder habe ich jetzt auch noch mit, oder? Habe ich jetzt in die Kiste gepackt aus Versehen. Nee. Habe ich dabei. Gebrauchen wir noch welche von den Bären hier, glaube ich, für die, äh... Sandkuder oder was das war? Also ein bestimmter Fische brauchten wir die. Das weiß ich noch. Ich glaube, die... Die Dings haben möchte hier, ähm... Wie heißt er denn? Ich habe den Namen vergessen. Burgis. Dafür brauchen wir das. Habe ich denn die Falle jetzt gelassen? Klar. Wie waren das? Aha, hallo. Achso. Öp. Slatsch. So. Erwischt. So. Noch so einer. Die sind da motiviert hier. Oh, gleich alle auf einmal. Na, wie geil. Da ist noch so einer. Und der dritte im Grunde hat gar nichts mitbekommen. Arme Sau. Aber... Da war noch noch auf der Angelliste andere Fische. Oh, der war daneben. Verdammt. Ähm. Was war denn das? Da war noch noch... Ich glaube... Wir haben jetzt die... Die, äh... Sandhechte, hätte ich fast gesagt. Wie heißen sie denn? Ähm... Die sind Kuda und Sandbarsche. Aber irgendwie einen dritten gab es doch noch. Den Burgis haben wollte er. Da haben wir bestimmt einen anderen Köder für. Na, wir fangen mal den hier noch. Und dann gucken wir mal kurz. So. Ja, ich möchte das erstmal lassen. Sand... Ne, doch. Sandkude und Sandkarp... Ach ne, ich sollte die... Ich sollte die Viker rüsten, ne? Kann das sein? Äh... Warte, 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 warte. Du, Moon. Das haben wir... Ach ne, zwei fehlen noch. Nehmen wir mal angeln gehen. Nochmal. Ach, großer Sandkuder will er haben. Wo ich hier stehe. Und er will getrocknete Sandkuder. Ach, die habe ich, glaube ich, sogar in Auftrag gegeben. Getrocknete Sandkuder. Die hatte ich, glaube ich, auf die Trocknungsstation schon draufgeschmissen. Aber für Sandkuder, für die... Wir brauchen halt die Bären dafür, ne? Ist die Frage, werden die Dinger hier angezeigt auf der Karte? Ne, ne? Ich meine, die Karte ist schon sehr, sehr genau mit... Ähm, da findest du das und da findest du das. Aber... Ich glaube, die Bärenbüsche sind nicht gemarkert, ne? Vor allem so viele scheint es davon auch nicht zu geben. Ja, auf der Ecke. Wenn ich nicht irgendwo welche übersehe. Ist immer noch so seltsam, dass hier... Sag mal, Winter in der Wüste, ne? Hi. Hi. Haben wir einen Angelshop irgendwo? Hoppala. Entschuldigung. Mein Fehler. Hm. Ja, lassen die Hühner mal Hühner sein. Das kostet Ausdauer unnötig. Ich weiß, ich hab's Pferd. Das hätte ich jetzt mal nutzen können, ne? Besonders schlau von mir. Hm. Bezweifel, dass... Oh, und das Zeug verkauft. Aber wir haben doch das Journal hier. Produkte... ...verbrauchen. Sandbären. Sandbären. Früchte der Sandpflanze sind spezialisiert von Sandrock. Äh, äh. Oh, doch. Blue Moon Saloon. Na dann. Da kaufen wir welche. Bööö. Oder auch nicht. Das ist ja jetzt blöd. Äh. Okay. Das ist schlecht. Hat es uns angelügt? Ist es eine Lügentafel? Ja, könnte doch sein, dass das irgendwie später freigeschaltet wird oder sowas. Das ist also ein Sortiment erweitert. Was jetzt hier noch fein ist. Soll. Nein. Der Angelköder. Reit hier rum. Okay. Ja, dann. Windfleisch-Tacus. Was ist das? Kicks Brief. Ach ja. Wir hatten ja noch das Geheimnis mit, ähm. Ich erinnere mich. Ja, da kann ich nur hoffen, dass so nochmal welche von den Sandkudas auftauchen. Das ist ja jetzt blöd. Oh, da ist doch noch einer. Das ist natürlich großartig. Wie sehen, habe ich doch gerade einen. Wo ist er hin, die Sau? Hallo, Sandkuder? Nutze Köder. Hab ich doch gerade. Da ist noch einer. Ist aber der falsche. Boing. So. Großes Sandkarpfen. Das ist sehr schön, aber braucht, glaube ich, normale, ne? Nicht die im... Flug, hätte ich was gesagt. Oh, was war da? Nee, ich krieg die einfach... Die müssen stillstehen, sonst krieg ich die nicht. Okay. Das ist doch doof. Wo krieg ich denn die scheiß Sandbären jetzt her? In etwas größeren Mengen. Ich will gleich mal ne Runde rumreiten und vielleicht irgendwo noch welche finden. Der sollte ja reichen und mit denen noch mitnehmen. Oh, die beiden. Ah, der eine war schlauer als der andere. Passiert mal, ob ich da... Nee. Maus aus dem Bild. Sehr schön. Oh, das geht auch. Interessant. Mit ein bisschen Timing klappt das. Interessant. Ah. Cool. Also könnte man theoretisch gesehen, wenn hier ein Sandkuder rumfliegt... Lass mal gucken. So, wenn ich jetzt hier hingehe... Hallo? Jemand da? Kummelt sich was? Nee. Tapp Kameramixer. Tapp tut sich nichts. Naja, nutze Köder. Ich verstehe schon. Ich hätte jetzt eigentlich viel mehr gehofft, dass für nochmal so mal was auftaucht. Ja, das Pferd im Hintergrund hinter mir. Pong. Nö. Gut. Ja, Lea. Ich weiß, ich weiß. Leer gefischt. Nee, das war nicht das Pferd. Das war er hier. Ähm. Bones Aufgabe können wir abgeben. 15 Uhr, ja. Das mit Katori, das hätte es dann wahrscheinlich eine Info gegeben, ne? Ja. Tatsächlich dann erst morgen. Querefälle ein hier. Guck mal, ob ich die Fische runternehmen kann. Hi. Aha. Jo. Sehr schön. Lautern. Okay, ciao. Warte mal. Tomaten, Rinderbrust. Okay, cool. Hm. Ist so ein Ding beim Angeln, ne? Alter, Justice jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Angeln für Owen. Wie oft wir schon angeln waren, immer, ich hab da Knappheit, ich hab da Knappheit. Ich hab da auch noch mal, ich hab da auch noch mal gesagt, dass er nicht einfach mal, dann selber da hingeht und dann, ich sag mal, so viel macht er jetzt noch gerade nicht in seinem Laden aktuell, ne? Und Brace ist hier theoretisch auch noch da. Und Brace ist hier theoretisch auch noch da. Nee, nicht wirklich. Entschuldigung.